Peace, Freunde der gepflegten Investitionen. Heute nochmal ein Krypto-Video zu unchristlicher Uhrzeit, aber ich habe gestern Abend das auch mal spontan einfach mal versucht um die Uhrzeit. Heute noch ein bisschen später, will da auch einfach mal ein bisschen so schauen, wie das aussieht, ob die Leute auch noch so spät einschalten. Freut mich auf jeden Fall. Denke aber, dass einige jetzt einfach auch, so wie ich, faul auf der Couch liegen oder im Bett oder sonst wo. Deswegen, und der Artikel ist sehr, sehr spannend. Es geht um drei Gründe, warum Cardano jetzt nochmal richtig durchstarten wird. Und das werden wir uns heute auf jeden Fall anschauen. Natürlich, bevor wir loslegen, lasst sehr, sehr gerne ein Abo da. Es ist kostenfrei und supportet mich einfach extrem. Was mich auch mega freuen würde, wäre, wenn alle nochmal die Glocke aktivieren oder zumindest nachschauen, ob ihr die Glocke aktiviert habt und dort alle Aktivierungen drin habt. Denn ich habe gesehen, aktuell sind das um die 7000 Leute, die das drin haben. Also nicht ganz so viele. Ist auf jeden Fall noch Potenzial nach oben. Und checkt unbedingt auch das angepinnte Kommentar ab, beziehungsweise mein Instagram. Heißt dort auch Monetendave. Fangen wir an mit Grund 1. NFTs sind auf Cardano möglich. Außerdem gilt auch die Blockchain als technisch ausgereifteste auf dem gesamten Kryptomarkt. Die Cardano Foundation hat in den letzten Monaten und Jahren sehr geduldig an der Weiterentwicklung gearbeitet, um das mal milde auszudrücken. Dabei verfolgt ein Team aus Wissenschaftlern einen empirischen Standard bei der Entwicklung. So ist die Cardano Blockchain den meisten anderen Blockchains deutlich überlegen. So wird es natürlich jetzt hier geschrieben. Meine Meinung dazu ist ein Tick eine andere. Aber warten wir erstmal den 12. September ab. Ein fehlendes Puzzleteil war lange die fehlende Smart Contract Funktion. Das ist ja das, was ich gerade angesprochen habe. Die kommt. Doch in den letzten Monaten wurde Smart Contract Funktion auf der Blockchain erfolgreich getestet. Nun folgen auch die ersten NFTs auf der Blockchain, da diese gerade ein NFT-Ökosystem etabliert. Vom Hype um die NFTs kann Cardano so noch deutlich besser einfach profitieren. Kommen wir aber zum zweiten Grund und zwar die Schwächen von Ethereum. Höre ich mir ehrlich gesagt ungern an, aber da müssen wir natürlich auch drauf eingehen. Ein weiterer Grund für die massiven Kursgewinne von ADA ist, dass die Cardano Blockchain als Alternative für dezentrale Anwendungen wahrgenommen wird. Dazu gehören auch die dezentralen Finanzprodukte, also DeFi, Decentralized Finance, die bisher hauptsächlich auf der Ethereum Blockchain basieren. Allerdings ist Ethereum in vielen Bereichen eine ineffiziente Blockchain, um mehrere tausend Transaktionen gleichzeitig zu bearbeiten. Dazu kommen hohe Gasgebühren und langsame Transaktionen. Der Plan von Cardano ist es, da in Zukunft einfach rein zu grätschen und das Ganze dann an sich zu reißen und sich quasi jetzt, wenn man jetzt Ethereum und Cardano nebeneinander stellt, einfach dort besser zu performen beziehungsweise einfach die klare Nummer 1 zu werden. Ob sie das natürlich schaffen, ist die andere Frage. Ihr wisst, ich bin auch ein großer Ethereum-Fan, aber auf der anderen Seite bin ich auch sehr neutral. Also ich meine, ich bin in Cardano investiert. So wäre nice, wenn das extrem abgeht. So habe ich grundsätzlich nichts dagegen, aber Ethereum sollte natürlich auch nicht aussterben. Gehe ich aber auch nicht davon aus, weil ich habe es schon ein paar Mal erwähnt, auf Ethereum läuft extrem viel und selbst wenn Cardano jetzt gut nachzieht, denke ich, wird da auf Ethereum immer noch sehr, sehr viel laufen, denn in meinen Augen ist Ethereum einfach nicht mehr wegzudenken. Egal, ob da Cardano kommt oder irgendwas anderes in Zukunft. Schauen wir auf jeden Fall. Grund 3, Cardano Stablecoin kommt ins Laufen. Viele große Blockchain-Netzwerke haben auch ein oder mehrere native Stablecoins. Dazu gehört natürlich auch Cardano, das hauseigenes Stablecoin. DJID zieht gerade verstärktes Interesse auf sich. Weiterhin kann der DJID auf weiteren Blockchains wie Ethereum, Avalanche, Polygon, Rootstock und Binance Smart Chain erscheinen. Diese interessante Entwicklung des Stablecoins ist ein weiterer Baustein dafür, dass die Cardano-Blockchain gerade mit das heißeste Thema im Kryptomarkt derzeit ist. Das ist auch der Grund, weshalb ADA jetzt schon knapp die 2,50 Dollar geknackt hat. Das sind auf jeden Fall die drei Punkte, die für ADA sprechen, die ADA auf jeden Fall auch in Zukunft noch sehr, sehr interessant machen werden. Wie gesagt, sie haben die letzte Zeit ein bisschen Gemach gearbeitet, um es milde auszudrücken, aber wenn das jetzt wirklich alles Stück für Stück kommt, bin ich da auf jeden Fall großer Dinge und bin da sehr, sehr gespannt. Und wie gesagt, bin ich da auch nicht abgeneigt. Tja, schauen wir einfach mal, wie das Ganze läuft. Ich lasse mich da auf jeden Fall überraschen. Des Weiteren, was wir natürlich auch noch als kleine Side-Info rausgeben können, Dogecoin, spreche ich natürlich generell ungern darüber, aber ja, Neugründung ist dort gerade im Laufen, und zwar mit dem guten Herr Buterin, Vitalik Buterin, werden einige kennen. Dazu gibt es jetzt auch noch mal ein paar Sachen, und zwar die Dogecoin Foundation gibt ihre Neugründung bekannt. Fortan möchte sie sich verstärkt um die Unterstützung des Dogecoin-Ökosystems und der Community sowie der Entwicklung der Dogecoin-Blockchain konzentrieren. Die im Jahre 2014 erstmals gegründete Foundation kann dabei auf die Unterstützung des Ethereum-Masterminds Vitalik Buterin zählen. Das Team hat nach eigenen Angaben über den Stellenwert und die Bedeutung von Dogecoin, der allmählich aus den Schuhen eines riesen Spaßcoins herauswächst, nachgedacht. Für sie ist es in erster Linie ein technisches Projekt und eine Bewegung für das Gute in der Welt. Diese Ziele sind in vier Aussagen zusammengefasst, die zusammen das Dogecoin-Manifest bilden. Zwei davon sind technisch orientiert und zwei mit sozialen Motiven gefärbt. Einer der wichtigsten Grundsätze des Manifests, dass wir Zusammenarbeit und Vertrauen über Wettbewerbe und Exklusivität stellen. Mit diesem Gedanken im Hinterkopf haben wir eine kleine, aber äußerst kluge und erstaunliche Gruppe von Beratern mit Erfahrung in einer Reihe von Bereichen gegründet, die Verbündete und Fürsprecher für Dogecoin sein werden, während wir versuchen, das Ökosystem voranzutreiben und zu entwickeln. Vitalik Buterin als Berater eben des Dogecoin-Vorstands. Dazu gibt es nochmal Folgendes. Vitalik Buterin, nun gehört auch er zu dem vierköpfigen Berater-Team des Vorstands, der neu gegründeten Dogecoin Foundation. Dieses Team soll wichtige Einblicke in bestimmte strategische Bereiche bieten. Auch Shibetoshi Nakamoto gehört in diesen Kreis. Ein Repräsentant Elon Musk ist ebenfalls mit von der Partie. Zuletzt hatte Musk unter anderem eine drastische Senkung der Transaktionsgebühren im Dogecoin-Netzwerk gefordert. Des Weiteren werden wir den ikonischen Shiba Inu-Hund von Dogecoin demnächst auf einem Premier League-Verein-Trikot sehen, und zwar von Watford FC. Wie die in San Francisco ansässige Sportwebseite der Athletic berichtet ist, die Partnerschaft der Foundation umgerechnet etwa knapp eine Million Dollar wert. Wir reden hier von 967.000 US-Dollar. Bisher war auf dem Trikot Werbung für Bitcoin zu sehen, und jetzt haben sie sich halt für Dogecoin entschieden. Es ist natürlich schon sehr, sehr spannend, was da abgeht. Zudem kommt natürlich auch noch, dass das nicht das Einzige ist, was gerade im Sport abgeht. Wir haben zum Beispiel, also es war letzte Woche, hat auch ein italienischer Traditionsclub verkündet. Also wir reden hier von AC Milan, also von AC Mailand. Partnerschaft mit Bitmax, die vonstatten ging. Also die digitale Plattform ist jetzt, ja, Kryptowährungshandelspartner von AC Mailand. Ich sage euch, das geht extrem nach vorne, dieses ganze Krypto-Thema. Ich meine, klar, wir reden hier von Dogecoin und sowas. Bin ich natürlich immer noch kein Fan von, auch wenn da jetzt Vitalik Buterin mit dabei ist. Ja, gucken wir mal, wie sich das Ganze noch entwickelt. Ich dachte, ich nehme die Info einfach mal noch für euch mit drauf, weil ich das meiner Meinung nach einfach nochmal spannend fande. Und ich meine, ihr dürft nicht vergessen, ich meine, es wird jetzt aktuell schon darüber diskutiert, ob diverse Profis in Kryptowährungen bezahlt werden. Wir haben dann zum Beispiel auf der anderen Seite auch Krypto.com, die auch natürlich für Formel 1 mittlerweile Sponsor sind, für auch UFC. Das natürlich auch. Gut, das schaue ich halt sehr, sehr gerne. Deswegen ist es mir jetzt auch aufgefallen, weil ich weiß nicht, ob ihr UFC-verrückt seid. Ich schaue halt sehr, sehr gerne Kampfsport. Das wird auch auf der Zone übertragen, immer Wochenende oder meistens am Wochenende, Samstag auf Sonntag. Ist dann auch meistens eine unchristliche Uhrzeit, irgendwie 4 Uhr morgens meistens, je nachdem, wo es stattfindet. Aber wenn es in Las Vegas ist, meistens 4 Uhr. Und da ist auch jeder Kämpfer mit dem Krypto.com-Logo und allem T-Shirt reingelaufen. Ja, und schauen wir mal, wo uns das Ganze einfach noch hintreibt. Das auf jeden Fall nochmal ein kleines Update von mir, bevor wir endgültig ins Wochenende gehen. Wir hören uns aber auf jeden Fall am Montag wieder. In diesem Sinne, haltet die Ohren steif. Viel Spaß beim Investieren. Und nochmal Glückwunsch an alle. In diesem Sinne, macht's gut. Ciao, ciao. 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 Ciao.